happy birthday to you herzlichen glückwunsch an alle leute geburtstag haben und herzlich willkommen bei reddog handle ich bin heute mal wieder mecharena und zwar wettbewerb und dann müsst ihr euch schon mal viel spaß ok und die erste runde geht los gestern habe ich kein video gemacht weil ich habe ja vor dem tag am ersten am ersten hatte ich ja das live streaming gemacht war 24 stunden gewesen und da hatte ich dann auch gestern irgendwie gar keinen bock gehabt was zu spielen gut jetzt aber bei mecharena vorgessen das war ja früher ja okay das macht er selber oder nicht da macht er nicht selber kann doch nicht wahr sein was habe ich mir für leute am start ich mache das so wenn der stirbt nehme ich den nächsten ich fange von rechts an und gehe nach links weiter oder wenn wir eine runde verlieren gehe ich dann auch nach links weiter also bislang liegen wir am verlieren oder auch nicht doch wir haben verlieren okay wir haben verloren jetzt nehme ich den nächsten ich habe rechts angefangen und gehe nach links weiter sprich das war jetzt der hier und wenn er stirbt oder die runde auch wieder verloren geht dann gehe ich ein weiter nur wenn ich halt gewinnen sollte und gibt es doch kein leben mehr wenn ich gewinnen sollte bleibe ich bei den mich so 3 2 1 3 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 7 8 9 9 9 10 10 2 1 2 1 2 1 Danach deswegen nochmal sorry dass ich nicht alle nachrichten beantwortet hatte beim live-chat beim live-stream ich habe seit gestern meine andere maus die neue die ich gekauft habe angeschlossen es soll eine seile maus sein aber ich höre trotzdem das klacken von der maus ich habe es getroffen weg da weg da ok hast du mir gerade verloren, ich hätte den andern nehmen müssen, ne, den andern Mech. Egal, kommt jetzt der andere Mech. Ah ne, die hat schon gewonnen, genau. Ja. Ja, down, assistant down, jawohl. Okay, du gehst mir. Okay, du gehst mir. Bleib stehen. Jawohl. Okay, der ist noch zerstört worden, also kommt der nächste dran. Mein Lieblings Mech eigentlich zur Zeit, der Panda. Oh. 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 Noob Identified Ah! du bist down, nein doch nicht ein Schuss, dann wäre er down dann geht es gleich weiter mit denen, zweimal gold, zweimal mvp schauen wir mal was wir da kriegen am punkte das ist doch schön erster 2.20, nice gut, dann bis gleich die letzte runde bei dem haben wir stehen geblieben ich gehe wieder rechts rüber oder links ja links sind so viele, ich gehe doch rechts oh kein Schuss mehr ok, jetzt geht es wieder zum anfang die runde die 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 Mist, ich dachte ich könnte auf die Füße zielen. Mein Monitor, der zweite, macht Disco. Immer an, aus, an, aus, an, aus. Oh, wir haben die Abverlieren. Okay, kommt jetzt der nächste dran. Zzzzzz. Oh, wir haben die Abverlieren. Shit. Das ist gefährlich. Oh, siehst du da. Oh, siehst du da. Oh, siehst du da. Oh, jetzt kommt wieder mein Raketenwerfer dran. Oh, der Zug hat gesessen. Habt ihr nicht gedacht. Schließt doch die Ab. Ja, was soll ich dazu sagen. Dumm gelaufen. Das war bester nur. Hm, man war ja schlecht. Na gut, gut, na gut, na gut, gut. Minus 15 Punkte. Dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr allerdings wie immer seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Tschüss.